Chick, ein modernes Coming-of-Itch-Werk von Wolfgang Herndorf. Zwei Jugendliche, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begeben sich auf einen ziellosen Trip und erleben dabei verrückte Abenteuer. Die jugendlichen Hauptfiguren Chick und Mike sind zwei typische Außenseiter, die beide so ihre Schwierigkeiten mit dem Erwachsenwerden haben. Auf ihrem Rao-Trip Richtung Wallachai treffen die beiden auf Isar, ein herumstreuner Indies junges Mädchen, das sich den beiden anschließt. Das Buch wurde 2016 erfolgreich verfilmt.